Das Patriarchat von Antiochien ist ein altkirchliches Patriarchat in Antiochia am Orontes. Es soll von Apostel Petrus ungefähr im Jahre 34 in. chr. gegründet worden sein. Die legitime Nachfolge des Patriarchats beanspruchen nach einer Spaltung im 5. Jahrhundert und weiteren folgenden Spaltungen heute mindestens drei christliche Kirchen für sich. Somit sieht jede Kirche ihren jeweiligen Patriarchen als legitimen Nachfolger des Apostel Petrus auf der Kathedra von Antiochien an. Keiner dieser Patriarchen residiert heute noch in der Stadt Antiochien. Syrisch-orthodoxe Kirche Die syrisch-orthodoxe Kirche von Antiochien ist eine der altorientalischen Kirchen, die das Konzil von Chalcedon ablehnen. Patriarch war bis 2014 Morin M.O.R. Ignatius Zaccai. Iwas, der in Damaskus residierte. Sein Nachfolger wurde Ignatius Ephraim II. Karim. Liturgie Sprache dieses Patriarchats ist syrisch. Es steht in Kirchengemeinschaft unter anderem mit den Kopten der äthiopischen Kirche und einem Teil der alten Kirchen Südendienst. Zum Beispiel der Malankara syrisch-orthodoxen Kirche. Zur Ehre des dritten Patriarchen Ignatius von Antiochia tragen seit der frühen Neuzeit alle Patriarchen dieser Kirche den Namen Ignatius. Rum-orthodoxe Kirche Die rum-orthodoxe Kirche eine der byzantinisch-orthodoxen Kirchen. Die Wege dieser manchmal auch als antiochianisch-orthodox, antiochianisch oder auch als griechisch-orthodox bezeichneten Kirche trennten sich im 5. Jahrhundert von denen der obigen. Grund war die Auseinandersetzung über die Entscheidungen des Konzil von Chalcedon. Diese Kirche entstand aus denjenigen Gläubigen, die das Chalcedonensee anerkannten, die syrisch-orthodoxe aus denjenigen, die es nicht anerkannten. Im syrischen Kulturraum waren beide Richtungen relativ stark vertreten, somit kam es zur Spaltung. Diese Kirche bildet gemäß ihrem Selbstverständnis und dem nizzenischen Glaubensbekenntnis gemeinsam mit den anderen orthodoxen Kirchen. Zum Beispiel der griechisch-orthodoxen und der russisch-orthodoxen Kirche, die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche, steht also in vollständiger Kirchengemeinschaft mit den anderen byzantinisch-orthodoxen Kirchen. Liturgie Sprache dieses Patriarchats war neben dem griechischen ebenfalls das syrische, ist jedoch seit dem 20. Jahrhundert modernes Arabisch. Der Patriarch residiert ebenfalls in Damaskus. Katholische Ostkirchen Drei der katholischen Ostkirchen, die zwischen dem 7. und dem 18. Jahrhundert aus den beiden oben genannten Kirchen entstanden sind, bezeichnen ihr jeweiliges Oberhaupt ebenfalls als den Patriarchen von Antiochien. Im Einzelnen handelt es sich um c. Die syrisch-katholische Kirche Lateinischer Patriarch Von der Kreuzzugszeit bis 1953 gab es auch noch einen lateinischen Patriarchen von Antiochien, der nach dem Scheitern der Kreuzfahrerstaaten in Rom residierte und keine praktische Funktion mehr hatte. 1953 starb der letzte Amtsinhaber, 1964 wurde der Posten in Übereinkunft von Papst Paul VI. und dem orthodoxen Patriarchen von Konstantinopel Atenagoras gemeinsam mit den beiden anderen lateinischen Patriarcharten von Alexandria und Konstantinopel abgeschafft, siehe auch Liste der Patriarchen von Antiochia zu 1. Liste der syrisch-orthodoxen Patriarchen von Antiochia zu 2. Liste der rom-orthodoxen Patriarchen von Antiochia zu 3a. Liste der maronetischen Patriarchen von Antiochia zu 3b. Liste der melkitischen Patriarchen von Antiochia Zu 3c. Liste der syrisch-katholischen Patriarchen von Antiochia. Zu 4. Lateinische Patriarchen des Ostens. Antiochienische Schule.